Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! UN-Generalsekretär Guterres hat in seinem Bericht an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vom 14. März 2019 die Lage im Libanon als zwar grundsätzlich ruhig beschrieben, gleichzeitig aber auch auf die Risiken im Zusammenhang mit der UN-Mission hingewiesen. Weder gibt es bislang einen dauerhaften Waffenstillstand noch eine Entwaffnung nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen. Das Waffenembargo konnte bislang auch nicht konsequent durchgesetzt werden. Vordergründig erscheint diese Mission, die wir heute beraten und die regelmäßig patrouilliert und den Luft- und Küstenraum des Libanon überwacht, als ein Routine-Einsatz. Es wäre aber gefährlich, wenn wir uns zu sehr an diese vermeintliche Routine gewöhnen. Denn das regionale Umfeld des Libanon ist nach wie vor hochexplosiv und durch die jüngste Zunahme von Spannungen zwischen den USA und Iran keinesfalls sicherer geworden. Ein militärischer Konflikt zwischen USA und Iran hätte zwangsläufig Auswirkungen auf den Libanon und könnte auch den Konflikt zwischen Hezbollah und Israel wieder anheizen. Nicht nur, aber auch aus diesem Grund, weil es eben auch immer um die Sicherheit Israels geht, ist eine weitere Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran abzuwenden. Deshalb war es gut und richtig, dass der UN-Sicherheitsrat auf seiner Sitzung am vergangenen Montag alle Akteure zu maximaler Zurückhaltung und zu Maßnahmen und Aktionen aufgefordert hat, die Eskalation und Spannungen mindern und Meinungsverschiedenheiten auf friedliche Weise und durch Dialog zu klären. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat die Bundesregierung und hat insbesondere Außenminister Heiko Maas, der in enger Abstimmung mit unseren europäischen Partnern die Region bereist hat, um das europäische Interesse an einer friedlichen Lösung zu untermauern, hat Herr Heiko Maas unsere volle Unterstützung. Und bereits heute wirken sich die Konflikte auch auf die Arbeit von Unifil aus. Die Entdeckung von mehreren Tunneln im Dezember 2018, die Richtung Israel gebaut wurden und die sogenannte Blue Line unterwandern sollten, zeigt das allgegenwärtige hohe Konfliktpotenzial auf. Die Hezbollah und andere Milizen verfügen nach wie vor über beträchtliche Waffenbestände. Und deshalb halte ich für unsere Fraktion fest, wir sind zutiefst besorgt über das aggressive Verhalten der Hezbollah in der Region. Und unsere Position ist klar, eine militärische Rolle für die Hezbollah, sei es in Libanon oder in anderen Regionen, kann es nicht geben. Und das machen wir gegenüber allen libanesischen Gesprächspartnern auch unmissverständlich klar. Denn Deutschland und die EU haben größtes Interesse daran, in einem äußerst unruhigen regionalen Umfeld Libanon stabil zu halten. Terroristische Aktivitäten sowie Waffenschmuggel durch Syrien in von der Hezbollah kontrollierten Gebieten gefährden diese Stabilität, ebenso wie das Engagement der Hezbollah an der Seite des Regimes im Syrienkrieg seit 2013. Und übrigens setzt sich damit Hezbollah auch über die in der Erklärung von Baabda 2012 von allen libanesischen Parteien getragene Politik der Dissoziierung, also der Abstandnehmung vom Syrienkonflikt hinweg. Die Mission selber ist seit 2006 am Laufen. Die Deutsche Marine unterstützt im Flottenverband unter UN-Führung die sogenannte Maritime Task Force, MTV. Und neben der sehseitigen Sicherung des Waffenstillstands und der Überwachung des Waffenembargos in ihrem Einsatzgebiet soll diese MTF Ausbildungshilfe für die libanesische Marine leisten, mit dem Ziel, diese zu befähigen, in ihren Hoheitsgewässern selbstständig die Souveränität zu sichern. Seit Beginn der Operation von nun mal 13 Jahren wurden rund 81.000 Schiffe überprüft und mehr als 13.000 davon zur weiteren Inspektion an die libanesischen Behörden gemeldet. Ziel der Mission ist und bleibt es, die Marinekapazitäten der libanesischen Streitkräfte zu stärken, um langfristig die Sicherung des Küstenraumes an die libanesische Marine zu übergeben. Und diese Übergangsstrategie wird auch von den UN und von Generalsekretär Guterres unterstützt. Und deshalb steht die Unterstützung der libanesischen Marine zur eigenständigen und eigenverantwortlichen Sicherung der Seegrenzen inzwischen im Vordergrund des deutschen Einsatzes. Und im Ausschuss wurde berichtet, dass die Ausbildungsbemühungen Früchte tragen, hohe Anerkennung finden und dass inzwischen auch sichergestellt ist, dass die einmal ausgebildeten Kräfte auch dann tatsächlich von der Marine und nicht an anderer Stelle im Libanon von den Streitkräften eingesetzt werden. Die aktuelle deutsche Beteiligung liegt bei 110 Soldaten. Maximal können rund 300 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. So sollten wir es auch wieder jetzt beschließen. Die politische Stabilität des Libanons steht enormen Herausforderungen gegenüber. Gut ist, dass politische Stabilität gewährleistet ist durch die Fortsetzung der von Premierminister Saad Hariri geführten Einheitsregierung, die die wichtigsten politischen Parteien vereint. Allerdings ist Stabilität nur mit wirtschaftlichen Wohlergehen im Libanon denkbar. Insbesondere die zunehmende Staatsverschuldung und die schwache wirtschaftliche Entwicklung machen dem Land zu schaffen. Deshalb ist weiterhin internationale Unterstützung erforderlich. Ich komme zum Schluss. Die Unifil-Mission ist gerade angesichts der schwierigen Gesamtlage unverzichtbar. Sie deckt dazu bei, Spannungen abzubauen und die Souveränität des Libanons zu sichern. Deshalb biete ich Sie um Unterstützung für diesen wichtigen Einsatz. Herzlichen Dank.